Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Ein neuer Kurs über die Bausteine der optimalen Gesundheit beginnt am 23. März in der Volkshochschule. Andy Hensch wird an zwei Abenden aufklären, welche Ernährungsfaktoren und Lebensweisen eine Krankheit begünstigen und wie man vorbeugen kann. Aufgezeigt werden spezifische Ernährungstipps, die in direkter Verbindung mit dem Krankheitsrisiko stehen. Um Anmeldung wird gebeten. Das Thomas-Moros-Bildungswerk Schwerin lädt zu einem Gemeindeabend in den Saal der katholischen Gemeinde ein. Am 21. März geht es ab 19 Uhr um Johannes Bugenhagen, den Reformator an Luthers Seite. Sigrid Hagengut aus Schwerin wird einige Stationen von Dr. Pomeranus, wie er auch genannt wurde, hervorheben. Am 25. März ist Party angesagt. Bei viel Musik und guter Stimmung wirkt die Ü30-Party aktiv gegen Bewegungsmangel. Ab 20 Uhr ist die Sport- und Kongresshalle genau das Richtige dafür.